Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist so, in meinem gestrigen Videobeitrag, da habe ich ausgeführt, dass der deutsche Einzelhandel mit Edelmetallen, dass er insofern zunehmend bedroht ist, als mit einem Goldpreis über 2000 Euro kein anonymer Barkauf in den Geschäftsräumen des Händlers mehr möglich ist und dass infolgedessen die Tafelgeschäfte für den Händler selbst aller Voraussicht nach nicht mehr rentabel sind. Denn das hohe Aufgeld bei Goldmünzen und Goldbarren ist bei Stückelungen unter einer Unze ganz einfach zu hoch, weil nämlich der Kostenaufwand für die Produktion der Goldbarren und Goldmünzen gleich bleibt. Ein fixer Kostenaufwand. Und überhaupt sollte auch das Interesse an Tafelgeschäften im Handel mit Edelmetall nachlassen, wenn eben keine klassische Edelmetalleinheit, also die Unze, wenn sie nicht mehr anonym erworben werden kann. Das entsprechende Video, das habe ich euch einmal hier oben verlinkt. In dem heutigen Videobeitrag hingegen werde ich einmal zeigen, wie es um den anonymen Erwerb von Edelmetallen in anderen Ländern steht, wobei zwar alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert wurde, aber dennoch keine Gewähr gegeben werden kann. Nun muss an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass die Europäische Union im Allgemeinen nur eine 10.000 Euro Grenze vorsieht und dass Deutschland also die EU Vorgaben insofern absolut übererfüllt, als eben eine 2.000 Euro Grenze im Jahr 2020 eingeführt wurde. Und einmal ganz nebenbei bemerkt macht die Schweiz wie so oft ihr eigenes Ding sozusagen. Ja, dort können Edelmetalle nämlich anonym bis zu 15.000 Schweizer Franken erworben werden, was Stand heute ungefähr 15.850 Euro entspricht. Ja, so wie ich das sehe, identifiziert sich jedenfalls wohl kein anderes Land so sehr mit der Europäischen Union wie Deutschland, wo der Euro immerhin ganz besonders pathetisch verteidigt wird, wenn es beispielsweise von der Ex-Bundeskanzlerin heißt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. So etwas wie Nationalstolz darf es hierzulande, ja zumindest hierzulande, ganz einfach nicht geben, wenn beispielsweise schon bei der Siegesfeier der CDU nach der Bundestagswahl vor ungefähr 10 Jahren, Ja, 2013 meine ich, ja, wenn da schon vor laufender Kamera Deutschlandfahnen von der Bühne entfernt wurden. Wenn überhaupt, dann wird hierzulande die Europa-Flagge geschwungen und dann aber mit absoluter Hingabe oder besser gesagt aufopferungsvoll. Aber kommen wir noch einmal zurück zum Tafelgeschäft und warum der anonyme Erwerb überhaupt so wichtig ist. Es ist nämlich so, dass man nur dann 100%ige Sicherheit bei Edelmetallen hat, wenn man sie eben anonym erworben hat, was immerhin auch ein Ausdruck von Freiheit ist, die allein schon mit der Verdrängung des Bargeldes enorm gefährdet ist. Die Frage lautet, warum sollte man seine Freiheit freiwillig aufgeben oder überhaupt aufgeben? Es ist im Regelfall versteuertes Geld, das man unter anderem dann in Edelmetalle tauscht, wenn man frei nach Bernard Shaw der Regierung nicht mehr vertraut, weil sie nämlich unehrlich und oder unwissend ist. Und das politische Versagen ist meines Erachtens offenkundig, wenn beispielsweise keine planbare Rücklagenpolitik mehr möglich ist und im Allgemeinen starke Enteignungstendenzen verfolgt werden. Ja, anlassbezogene Vermögensabgaben und fortlaufende Vermögensteuern, um hier nur zwei Beispiele zu geben. Und dabei befindet sich Deutschland im europäischen Vergleich mit bis zu 48,1% Steuerbelastung auf dem zweiten Platz nach Belgien, an der Spitze mit bis zu 52,6%. Aber das deutsche Volk lässt es nun einmal mit sich machen. Der Pöbel hat nach meinem Dafürhalten wirklich kein Mitleid verdient, weil er so gut wie keine Ehre mehr hat. Denn Ehre bedeutet die Unverletztheit in körperlicher wie geistiger, materieller wie ideeller Hinsicht. Wer anonym Gold kauft, der übernimmt wirtschaftliche Eigenverantwortung und zeigt Deutschland seine ihm zustehende Hochachtung. Im Übrigen erfahrt ihr alles Wesentliche zu Gold, aber auch zu Silber, Platin und Palladium als Wertanlagen ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Herrlich, politisch und korrekt. Politisch und korrekt. Unkorrekt, ja? Genau. So, was bleibt noch zu sagen? Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos, tut nicht weh und hilft mir sehr weiter weiterzumachen und auch sehr viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieser Video-Beitrag hier und heute gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ja, nur mit eurer aktiven Unterstützung kann ich diesen YouTube-Kanal hier am Leben erhalten und auch weiterhin absolut unabhängige Inhalte mit euch teilen. So, das war's. Bis bald. Bis bald.